Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Face mit dem Gecko Climber. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. In diesem Dorf mit den Typen mit den Eierköppen. Tja. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier scheint es jede Menge Türen zu geben. Könnte lustig werden. Ich bin äußerst gespannt. Hier haben wir auch noch was vergessen, sehe ich gerade. Ja, man sieht, wir sind noch nicht, bei weitem nicht überall fertig. Aber wir werden es jetzt hier mal ein klein wenig umgucken. Und schauen doch mal, wo wir hier so gelandet sind. Ähm, du, magst du mit mir reden? So, was sagst du? Sagst du was? Hey, du da. Hallo, tschau, 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 tschau. Hm. Hallo, tschau, 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 tschau. Ja. Ich schätze, mit denen können wir noch nicht reden. So. Wir haben aber ein weiteres Würfelfragment bekommen. Und ich möchte mal kurz ins Inventar gucken. Wir haben jetzt 15 Würfelscherben. Und, ach, okay. Es gibt zwei, wir haben zwei Anti-Würfel und 15 Würfel. Alles klar, alles klar, okay. Jetzt wissen wir auch, wofür die andere Tür da war. Und mit den Leuten hier können wir uns anscheinend noch nicht großartig unterhalten. Leider, leider. Das heißt, wir springen mal kurz nach oben. Da hab ich nämlich was gesehen. Boah. Krabbeln wir mal hoch. Redet ihr mit mir? Ja, ist gut. Da oben ist eine Tür. Und hier ist noch eine Tür. Und du, du redest auch nicht. Tja. Boah. Noch eine weitere Tür. Das sind mindestens 1, 2, 32 Würfel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 32 Würfel. Es muss schon etwas Besonderes hier hinter dieser Türe liegen. Ich schwamm mal das Mikrostück weiter weg. Ich übersteuere. Ja, 32 Würfel. Und es ist laut. Aber wir gucken mal. Ich schwamm mal kurz bei mir die Kopfhörer ein bisschen anders. Ach. Den kennen wir doch irgendwo hier. Ja, sagst du was auch zu mir? Ähm. Dort? Hör nur, die Eulen. Sieh dir das Bildnis an. Berufe das Parlament ein. Was? Berufe das Parlament ein? Berufe das Parlament ein. Berufe das Parlament ein. Was hat... Wie? Wo? Ich kapier's grad nicht. Berufe das Parlament ein. Wir haben eine Eule mal gefunden irgendwo. Das weiß ich noch. Blablabla. Ja. Guck mal mal hier noch rein. Geschwind. Oh. Oh. So. Da ist wieder der Tetris-Typ. Jetzt müssen wir grad mal gucken. Hier gibt's noch ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Lalalalalalalala. Ja. Ich weiß grad nicht, wie das funktionieren soll. Aber ist egal. Ist egal. Wir gucken's nächste Mal weiter. So. Ja. Wir nehmen jetzt ins... Oh. Wieso lande ich jetzt wieder hier? Was hab ich denn jetzt grade gemacht? Und hoch. Und... Und daneben. Ach, ist das toll. So. Nochmal. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Ja. Ähm. Hoch. Wieso bin ich ja grad eben runtergefallen? Na egal. Wahrscheinlich war ich hinten dran. Und bin da irgendwie durch... Und da ist wieder eine Schatzkarte oder sowas. Zumindest mal scheint es sowas zu sein. So. Dann nehmen wir mal eine Etage höher. Irgendeiner muss noch da sein, mit dem wir reden können. Na. Dann plündern wir die erstmal aus. Gemütlich. Und nehmen uns. Hui. Hm. Irgendwas ist hier faul. Wir haben noch kein einziges Item. Fällt mir jetzt grade so auf. Ähm. Können wir da? Können wir da? Ja. Wir können. So. Hier geht's lang. Ah. Hier ist noch eine Tür. Ich will erstmal alle Türen aufmachen. Und. Wupp. Auf die Kiste. Hund. Was finden wir? 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 Oh, ein Schlüssel, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Ist das cool? Yippie. Hm. Okay. Okay. Gut. Wir haben aber immer noch nicht alle Würfelscherben hier. Da oben ist die letzte von. So. Ja. Ich. Wieso. Die können allen. Die sprechen alle nicht so ganz unsere Sprache. Hab ich das Gefühl. Das ist uncool. So, haben wir jetzt wenigstens... Wir haben alle Würfelscherben, aber es gibt noch ein Geheimnis hier. Okay, okay, okay. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder zurückkommen. Ja, ich würde gerne die Sprache sprechen können, aber ich denke, dafür brauchen wir... Ja. Ja, ich schätze, dafür werden wir irgendwas hier brauchen. Die Frage ist halt nur, was? Wupp. Wupp. So, und... Ja, laufen wir nach vorn. Jo, und wieder retour, genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, wir haben jetzt drei Schlüssel und wir haben noch ein paar Schlösser, die wir noch aufmachen können. Und zwar würde ich gerne von hier aus, ähm... Ja, da unten war noch das eine. Hey! Genau, hier und von hier aus... Bäm, da oben war noch eine Tür. Da hinten bei der Windmühle war noch eine verschlossene Tür. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Da kommen wir am cleversten hin, wenn wir uns hierher teleportieren lassen. Oh Gott, wo war denn das? Nein. Nein. Äh, nein. Nein. Ach, ja. Okay. Ich glaube, ich weiß es wieder. Wir müssen hier rein. Genau, genau, genau. Okay, ich erinnere mich wieder, Leute. Ich erinnere mich wieder. So. Uha. Ja, hier oben ist das Tor. So, dann laufen wir jetzt hier einfach mal nach vorne und springen gemütlich in die Ranken. Und auf... Durch das Zeitentor. Jetzt gucken wir mal, wo wir landen. Ich hoffe mal doch irgendwo richtig. Sonst könnte es etwas uncool werden. Ähm... Oh. Wieso haben wir die noch nicht geholt? Kann man das mal irgendjemand sagen? Ach Gott, hier haben wir ja so viel übersehen. So viel vergessen. Das war da hinten durch ein Baum durch. Ja, ich erinnere mich. Wieso haben wir hier so viele von denen... Wieso haben wir hier so viele von der Sorte übersehen, bitte? Oh, wir haben wieder einen Würfel fertig. Ach, ist das schön. Da oben ist noch eine Tür, wo wir noch gar nicht drin waren. So. Ja. Ach, ja, das war die Schichte mit den unsichtbaren Plattformen. Ähm... Ich erinnere mich. So, ähm... So. Hier ging es doch irgendwo hoch. Ach nee, hier müssen wir von drüben aus hoch. Okay. Na, dann krapseln wir mal nach da. Und jetzt brauchen wir nochmal kurz einen Blitz. Blitz und Donnerschlag. Marsch, marsch. Oh, ja, da oben war noch was. Ja, wie kommt man denn da hin? Ach, okay, gut. Ich hab's gerade gesehen. Oh Gott, war das toll. Ach je. Okay, okay, gut. Dann kraxen wir jetzt hier nochmal drüber. Und... Ui. Bach. Ja, da einmal nach oben. So, und jetzt gucken wir mal. Du hier. Und du hier. Und du hier. Und nicht runterfallen, wenn's geht. So, und jetzt nochmal. Ähm... Du hier. Und du hier. So. Jetzt guck mal mal, wo geht's denn weiter. Jetzt geht's hier oben weiter. Ich... Ja. So weit. So einfach. Könnte man meinen. So. Und wieder den ersten Würfelteil. Jupp, jupp. Und hier ist die Tür. Jetzt guck mal, wo wir da lang kommen. Da geht's jetzt nach da hinten. Da war man noch gar nicht. Eieieieiei. Och Gott, guck mal, wie viele Würfelscherben. Und alle nur für uns. Alle nur für uns. Passt mal auf. Und spring. Und da hat Dot wieder was zu sagen. So, Dotty, dann lass mal hören. Diese Kraft soll nicht sein, drüber zu sein. Vielleicht kannst du mit X greifen und mit RTLT drehen. Das ist eigentlich meine wissenschaftliche Vermutung. Ja, nee. Ist klar. So. Äh. Oh, das ist cool. Oder war das? Bringt uns. Ach, okay. Wahrscheinlich müssen die alle in dieselbe Richtung gucken. So. Ähm. Moment. Ich möchte gerne hier nach vorne, bitte. Nach vorne, wenn's geht, bitte. So. Nein. Nein. So rum, bitte. Jawohl. Genau. Jetzt gucken die alle in dieselbe Richtung. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da nach oben kommen. Dort könnte noch lustig werden. Ähm. Plattform. Äh. Ja. Da. Cool. So. Okay. Wir haben schon wieder vier... Was war denn das da oben? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das da vorhin gesehen? Da war so ne... Ja. 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 Jetzt sind wir vorne. Gut. Aha. Aha. Eine Tür. Mit einem... Anti-Würfel. Von dem ich noch nicht genau weiß. Ach. Okay. So kommt man da hin. Äh. Ne. Das war zu weit. Okay. Dann so. Du. Und du. Und, äh. Du. Und jetzt bitte so drehen, dass wir hierher kommen. Jahu. War doch gar nicht so schwer. Cool. Momentum. Momentchen. Ich will hier gerade mal kurz was gucken. Obwohl, wir kommen ja vom letzten Tor aus wieder hierher. Wo geht's denn da noch überall? Ich sag mal. Ich krieg hier noch die Krise. Das Ding ist ja um einiges größer, als ich gedacht habe. Okay. Von hier aus müssen wir dann wieder hierher zurück. Und dann mal gucken. Da sind noch ein paar verschlossene Türen, die wir uns noch holen können. Naja. Kriegen wir schon hin. Und hopp. Und retour mit uns. Juhu. Juhu. So. Schlöckle getrunken. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Ach ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. So. Jetzt müsste ich einfach nur mal kurz wissen, wo geht's denn da noch mal lang? Hopp. So. Ja, genau. Da wollte ich noch hin, glaube ich. Weil wir hatten ja damals keine Schlüssel. Und... Ach, ja. Genau. Das war die Stelle. Ich erinnere mich. Zumindest glaube ich, dass ich mich erinnere. Nee, da ist nur hier der eine, der... Waren wir da schon drin? Hm. Da geht's auf jeden Fall noch mal weiter. Wir latschen da jetzt einfach mal rein und gucken mal, wo wir hinkommen. Ich meine, wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Ja, genau. Hier jetzt nach oben. Und da sind unsere Lieblingsplattformen. Ah ja. Hu 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 hu. Das war knapp, Leute. Das war sowas von knapp. Man sollte auch... ...an der richtigen Stelle... ...anfangen zu springen. So. Und... ...hier nach oben. Aber das ist mir irgendwie... Aha. Ich hab's mir doch schon gedacht, dass hier irgendwo noch eine Tür sein muss. Das war mir viel zu einfach, Leute. Und wir landen jetzt beim Turm des Todes. Oder so. Ach, wie süß. So, da haben wir wieder ein... ...ne Würfelscherbe. Oh, da ist ein kompletter Würfel drin. Und noch ein kleines Tor. Das könnte interessant werden. So, wir springen mal nach hier. Und... Nein, 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 nein. Nein. Wie soll's gelb, Felix? Ja, lass dich mal kurz hierher fallen. Ich hab nämlich schon... ...so was hier geahnt. Genau. So. Und dann wieder Redour. Und hier nach oben. So. Jetzt haben wir die ganzen Würfelscherben. Jetzt holen wir nur noch den... ...letzten Würfel da oben. Genau. Hui. Wir haben einen Würfel. Wir haben einen Würfel. Und wieder ein kleines Tor, mit dem wir jetzt uns wieder zurückteleportieren. So. Es läuft doch. Es läuft doch richtig gut. Wir sammeln noch jede Menge Zeugs hier jetzt gerade ein. So. Die andere Tür war da. Und schwupp. So. Da möchte ich wieder rein. Denn hier hatten wir noch was vergessen. Nämlich hier oben war noch die Truhe. Und da war auch noch, glaube ich, jede Menge anderes Zeug. Nämlich genau da oben war noch jede Menge Würfel für uns. So. Also springen wir hier nochmal gemütlich rüber. Haben wir eigentlich in dem anderen... Moment. Ach, da hatten wir noch gar nicht alles hier. Ach, da müssen wir nochmal hin. Das machen wir nachher. Ich will jetzt... Oder? Ne, komm. Das ist jetzt erstmal der kurze Weg. Wir gehen jetzt erstmal dahin und machen den Teil hier komplett fertig. Weil ansonsten verzetteln wir uns hier noch richtig extrem. Und da habe ich nicht so den großen Bock drauf. So. Ähm. Da müssen wir... So, glaube ich. Nein. So war's. Genau. Dann gibt es hier. Und da. Und da. Da sieht man immer ganz toll, ähm... Wo sich die, ähm... So, hier waren wir schon drin. Da sieht man immer ganz toll, ähm... Wo sich die Regentropfen... Wo die Regentropfen nochmal aufplatschen. Hopp. So. Jetzt warten wir mal ein bisschen. So, der war nicht gut. Ach. Jetzt müssen wir nochmal von da ganz unten anfangen. Na dann nochmal. Nochmal. Stopp. So. Da müssen wir hin. Und da... Ach, okay. Ich verstehe. Juhu. Okay. Jetzt haben wir hier aufgemacht. Jetzt kommen wir hier raus. Und können hier die Lianen hochkraxeln. Und uns die Würfelscherbe hier holen. Wupp. Und wir haben schon wieder einen kompletten Würfel fertig. Mann. Das geht ja heute richtig fix. 18 Würfel. Drei Anti-Würfel. Ey, wir sind richtig gut dabei, Leute. Wir sind richtig, richtig gut dabei. Jetzt gucken wir gerade mal. Ja, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Jetzt nehmen wir den nächsten Weg. Wieso gehen da zwei Türen auf? Hat das gerade jemand verstanden? Okay, hier scheint es wieder ein großes Tor zu geben. Halt, Moment. Hier gibt es noch einzelne Würfelscherben. Die wollen wir uns doch natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. So. Jetzt gibt es nur noch den großen hier. Den holen wir uns jetzt gleich auch nochmal. So. Und hopp. Juhu. Schon wieder einer. Oh Gott, ey. Das geht ja momentan. Rucke-zucke geht das hier. So. Hier sind wir soweit fertig. Wir haben nur noch das kleine Tor. Und mit dem fliegen wir jetzt wieder zurück zum Friedhof. Und es lädt mal wieder. Wenigstens sind die Ladezeiten hier relativ kurz. So. Wunderbar. Wunderbar. So. Wir haben hier jeden Weg aufgemacht. Soweit. Aber uns fehlt natürlich noch einiges. Ich will jetzt erstmal wieder in diesen Raum da drüben rein. Hopp. So. Ähm. Ne. So wollte ich eigentlich. Ach. Dann müssen wir hoch. Okay. Gut. Man kann sich ja nicht alles merken. So. Aber bevor wir hier jetzt versuchen irgendwie nach da oben hin aufzusteigen. Würde ich sagen. Wir machen hier eine kleine Pause. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin denn. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.